Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Februar. Ja, natürlich ist der Februar schon einige Tage alt, aber es ist natürlich der Rückblick in die Vergangenheit. Und ja, wir gucken uns jetzt meine Bücher, meine Buchstatistik und allerlei anderes in meinem Monatsrückblick Januar an. Und ich denke, wir fangen direkt mit der Statistik an, die für mich relativ interessant ist, beziehungsweise ziehe ich mir da einfach meine eigenen Daten heraus, die ich spannend finde. Ich habe im Januar 16 Bücher gelesen, beziehungsweise sind es nur 15,5, weil ich ein Buch nach knapp der Hälfte abgebrochen habe. Denn noch sind es 16 Geschichten, die ich gelesen habe. Insgesamt 6417 Seiten habe ich geschafft und das entspricht ungefähr 207 Seiten am Tag. Es kam sogar noch der Beginn einer Geschichte dazu, die ich dann im Februar beendet habe, beziehungsweise das letzte Buch im Januar hatte noch so 30, 40 Seiten, die ich erst am 1. Februar beendet habe. Und so gleicht sich das ein bisschen aus. Aber ich wollte mich nicht selbst unnötig verwirren und habe es deswegen so gerechnet. Es wurden insgesamt 10 Bücher gelesen, 5 E-Books und ein Hörbuch gehört, was bei mir ja immer als echtes Buch mitzählt. Und ein Wälzer wurde gelesen. Wenn man jetzt die Seitenzahl, die gelesen wurde, durch die Bücher nimmt, die gelesen sind, hatten meine Bücher im Durchschnitt um die 400 Seiten, was ich auch wieder ganz gut finde. Und ja, ich auch denke, dass das eine gute Durchschnittszahl an Büchern ist, die ein Buch haben kann. Und ja, ich denke, ich blende euch nacheinander einfach kurz die Bücher ein, sagt zwei Worte dazu, nicht allzu viel und packe alle Bücherwochen des Januars sozusagen in die Infobox. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Begonnen hat der Monat mit einem Reread. Ich habe Schnee wie Asche nochmal gelesen und ja, war sehr begeistert. Ich habe dieses Buch, glaube ich, in zwei Schwupsen durchgelesen. War angetan, wie auch schon im Mai 2015, wo ich das ursprünglich gelesen habe. Denn im Januar ist der zweite Teil erschienen, der dann am Ende des Monats sozusagen folgen sollte. Dann kam Der Chemist von Stephanie Meyer. Ein Buch, das ich abgebrochen habe nach der Hälfte, weil es weder ein Erwachsenen-Thriller, noch ein Krimi, noch irgendwas in diese Richtung war. Es war einfach nur schrecklich und an den Haaren herbeigezogen hat mich überhaupt nicht begeistern können. Es ist ein absoluter Flop. Ganz anders das nächste Buch, was zu einem Highlight-Buch wurde, nämlich Echo Boy von Matt Haig. Ich mochte die Gedanken, die Matt Haig sich hier gemacht hat zu dieser Welt, wo es ja Androiden gibt und die eben als Roboter dann eben auch den Menschen dienen. Und ja, was macht den Mensch zum Mensch? Und ja, fand ich sehr, sehr gelungen. Auch der zweite Teil, Perfekt von Cecilia Hörn, den ich gehört habe, fand ich großartig. Mir hat die Duologie von Cecilia Hörn hier unglaublich gut gefallen. Der zweite Teil war ein bisschen schwächer als der erste, aber es war eine wirklich tolle Geschichte mit einer tollen Protagonistin. Und Cecilia Hörn konnte auch wirklich sehr gut schreiben, Gefühle rüberbringen und die Welt uns zeigen. Es hat auch beim Hören sehr viel Spaß gemacht. Dann gab es die New York Diaries, den zweiten Teil mit der Geschichte von Sarah von Carey Price alias Adriana Popescu. Ein absolutes Highlight-Buch, was ich wirklich weggesuchtet habe. Ich war in New York, ich hatte das Gefühl der Stadt, es geht da auch um die Liebe zur Musik und ich habe mich da wirklich zu Hause gefühlt. Und ja, Adriana kann einfach schreiben und hat es hier auf locker, leichte, fluffige Art mit den richtigen Emotionen zur richtigen Zeit absolut gezeigt. Ein wirkliches Highlight im Januar. Und ich freue mich sehr auf die beiden anderen New York Diaries-Teile, die ja dann noch einmal von alle Freitag kommt. Phoebe, ich glaube dann Anfang April. Und zwei, drei Monate später kommt dann Zoe, was dann ja der vierte Teil sein wird. Man kann die unabhängig voneinander lesen und es ist kein New Adult. So, mehr dann auch nicht zu diesem Highlight. Dann kam Bob, der Streuner von James Bowen. Was ich gelesen habe, war ja auch der Kinostart Mitte Januar wahr. Ich habe den Film noch nicht gesehen, wenn ihr das Video seht. Ich gehe erst am Mittwoch ins Kino und freue mich jetzt mega darauf, den Film zu sehen. Es war eine tolle Geschichte über James Bowen selbst, der als Straßmusiker eben in London ist und ja, der eben eine Katze findet, nämlich Bob und beide sich gegenseitig das Leben retten. Fand ich wirklich ganz, ganz toll. Hat viel Spaß gemacht. Dann habe ich den zweiten Band der Seelenlos-Reihe gelesen von Julianne Malbach und habe mich tierisch geärgert, dass ich ihn nicht schon gelesen habe, als er herausgekommen ist. Ich glaube aktuell sogar schon der vierte Teil da. Und ich muss jetzt unbedingt demnächst mit dieser Reihe weitermachen, die mich wirklich wieder in eine wunderbare Fantasy-Welt gepackt und gerissen haben. Und ich mag den Schreibstil von Julianne Malbach einfach unglaublich gerne und so auch bei Seelenlos. Dann ging es mit Testlesen weiter. Ja, Laura Newman hat endlich This New World vollendet, zumindest den ersten Teil. Sie hat sich ja dann kurzfristig dazu entschlossen, eine Duologie draus zu machen. Und so ging das Testlesen im Januar los. Und ich habe das Buch auch in zwei, drei Schwupsen gelesen. War sehr angetan von dieser wieder sehr, sehr außergewöhnlichen Fantasy-Geschichte. Und ja, es ist wieder so eine Mischung aus ganz vielen Genres und finde ich wieder sehr, sehr gut. Bin jetzt sehr gespannt, was es noch an Veränderungen gibt, was andere Testleser dazu gesagt haben. Und geplant ist ja, dass das Buch dann noch vor der Leipziger Buchmesse herauskommt. Und darauf bin ich sehr gespannt und freue mich darüber auch. Weiter ging es dann mit einer Katzengeschichte, die auch einfach Katzen heißt, von Marina Mander. Eine Geschichte, die mir Spaß gemacht hat. Es war eine Liebesgeschichte an die Katze mit Katzengedanken und was sich der Mensch dann auch noch so dabei denkt. Und jeder, der Katzen hat oder Tiere liebt, der wird mit diesem Buch seinen Spaß haben. Mir persönlich war es tatsächlich ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu oberflächlich. Aber es hat mir Freude bereitet und war ein wirklich gelungenes Buch. Ja, das nächste Buch ist dann nicht nur der Wälzer des Monats, sondern auch ein Highlight des Monats. Und es gehört wohl auch einfach zu den Büchern, die lange in einem nachklingen. Und zwar Terror von Dan Thimmons mit über 900 oder um die 960 Seiten. Wirklich ein absoluter Brecher. Wir haben ihn ja in einem Leseclub gelesen, in einer Lesegruppe auf Facebook uns ausgetauscht. Und wir wurden ja alle angefixt vom lieben Thorsten. Und ja, wirklich ein Hammerbuch. Und ja, es ist unglaublich kalt, während man dieses Buch liest. Es passieren Dinge, die man irgendwie vielleicht erwartet. Dinge, die einen überraschen. Es geht an die menschlichen Grenzen und ja, an die Grenze des Vorstellbaren. Es war großartig. Geplant ist, dass wir vielleicht im April Drood lesen, weil das Buch einige jetzt auch auf ihrem Sub haben. Und mich selbst würde dann auch noch der Berg interessieren. Ich glaube aber, dass das dann tatsächlich eher was für Ende des Jahres ist. Ich würde wirklich sagen, so Oktober, November, Dezember, wenn es dann wieder kalt wird. Weil ich glaube, im August ein Buch über die Mount Everest Besteigung macht jetzt, glaube ich, nicht so viel Sinn. Aber da gucken wir mal. Das nächste Buch hat mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen. Das war das Buch der Freude von Dalai Lama und Desmond Tutu. Ein Buch, das sich jeder Mensch zum Vorbild nehmen sollte. Dass eben hier zwei Männer sitzen, anderer Religion, anderen Glaubens und trotzdem eine tiefe Freundschaft verbinde, die ihre Witze darüber reißen, was so auf dieser Welt irgendwie vielleicht schief laufen könnte. Und dass ja natürlich immer der andere dran schuld ist. Es war sehr unterhaltsam. Es war toll, diese Dialoge mitgeschnitten zu bekommen und sich da eben ein Bild machen zu können. Wirklich großartiges Buch. Dann eine Thriller-Empfehlung von Phil. Er liebt sie nicht von Sharon Bolton. Ein Thriller, der einen irgendwie durch die Mangel nimmt, bei dem man anfangs unglaublich spannend einsteigt, verschiedene Geschichtsstrenge irgendwie in verschiedenen Arten erzählt bekommt. Der Mittelteil dann ein bisschen unshrillerig ist, sich so ein bisschen in Richtung Roman entwickelt, doch dann kommt das Ende und man ist da wirklich gepackt, geballt und will gar nicht mehr aufhören zu lesen und ist einfach nur überrascht über diesen Schluss. Wirklich auch für mich eine Thriller-Empfehlung. Dann ging es weiter mit unserem Leseclub-Buch Delirium von Lauren Oliver, der Auftakt einer Trilogie. Hier geht es ja darum, dass die Liebe etwas Böses ist, etwas ist, was einem mit 18 heraus operiert wird und man danach im Grunde mehr oder weniger gefühlskalt ist. Wir haben hier eine junge Protagonistin, die kurz vor diesem Eingriff steht und aber gedanklich sich denkt, irgendwie, ja, ist das wirklich alles so richtig? Irgendwann daran zweifelt. Ein Buch, das mich ja schon irgendwie begeistert hat. Begeistert ist, glaube ich, zu viel, das ich einfach gut fand, okay fand. Man hat halt einfach schon viele Dystopien im Jugendbuch-Genre gelesen und da gibt es einfach viel, viel bessere und ich fand die Idee wirklich toll, aber Lauren Oliver konnte mich nicht so packen, nicht so mitreißen. Ich werde auch die Reihe erstmal nicht weiter verfolgen, was ich schade finde, aber es kann einem nicht jedes Buch gefallen. Ganz anders dann das neueste Buch von Laura Labers, Ein Käfig aus Rache und Blut. Hier haben wir wieder eine Fantasy-Dämonenwelt, die großes Bücherkino ist und mir hat ja die Unwandelbar-Reihe von Laura Labers im letzten Jahr unglaublich gut gefallen. Ich war sehr gespannt auf dieses Buch. Der zweite Teil wird im Februar oder März erscheinen. Ich bin mega gespannt darauf und freue mich schon am Donnerstag auf den Besuch von Laura Labers hier auf meinem Kanal bei einem Live-Hangout. Bin ich sehr gespannt auf den tollen Abend. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Da werden wir auf jeden Fall über das Buch quatschen, deswegen verrate ich gar nicht so viel darüber. Das vorletzte Buch des Monats war dann Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind von J.K. Rowling. Ein Buch, das ich gar nicht vorhatte zu kaufen, geschweige denn zu lesen. Ich habe es dann dennoch gekauft und verschlungen. Und mich einfach wieder zu Hause gefühlt habe, mich gefühlt habe, als wäre ich im Film, den ich auch großartig finde. Denn die Geschichte spielt ja 70 Jahre vor Harry Potter und ist für mich dementsprechend eben einfach keine Fortsetzung, die irgendwas an Harry Potter kaputt machen könnte, sondern spielt einfach davor und dann auch noch in New York. Und ich bin ein Riesenfan von Newt Scamander und ich mag auch den Schauspieler unglaublich gerne und war ja vom Film absolut angetan. Und der Junge hat nicht umsonst schon einen Oscar. Und ja, das letzte Buch war dann eher so ein Okay-Buch. Eis wie Feuer von Sarah Rasch. Ja, wir beenden den Monat mit der Autorin, mit der wir eben beenden, ja, mit dem wir eben begonnen haben. Das ist der zweite Teil zu Schnee wie Asche. Und ich muss ehrlich sagen, so geil der erste Teil war, so schrottig war gefühlt der zweite. Es war ein schrecklicher Mittelteil einer Trilogie und die Autorin sagt das auch noch in der Danksagung. Es ist ja Jugend-High-Fantasy. Es war gut, wieder reinzukommen in den zweiten. Ich mag die Welt der Geschichte eigentlich sehr, sehr gerne. Ich mochte im ersten Teil auch die Protagonistin. Das hat sich im zweiten Teil leider sehr gewandelt, weil sich Mayra einfach auch unglaublich verändert hat und ich mochte einfach nicht wie. Vor allem tauchte auch eine Dreiecksgeschichte auf, die mir irgendwie gar keinen Sinn in meinem Kopf gemacht hat, geschweige denn die Gedanken, die Mayra dazu hatte. Da konnte ich einfach nur ganz oft den Kopf schütteln. Aber die Welt drumherum und auch die Nebencharaktere finde ich toll. Und sollte der dritte Teil nicht erst irgendwann Ende 18 herauskommen, denke ich, werde ich es weiterlesen, einfach der Neugierde halber. Aber ja, ich würde es nicht nochmal rereaden, wie es beim ersten der Fall gewesen ist. Ja, und jetzt sind wir auch schon durch mit den 16 Büchern aus Januar. Ich hoffe, der kurze Einblick war für euch soweit okay. Ich wollte einfach nicht die Bücher so komplett unter den Tisch fallen lassen. Und ja, bei den anderen Monaten habe ich ja so gar nicht zu den Büchern gesagt, was dann manche eben vermisst haben. Und deswegen jetzt hier die 16 Bücher in Kurzform. Ich bin absolut zufrieden. Ich glaube, man hat es auch gemerkt, bis auf so die zwei Flops war der Lesemonat wirklich sehr angenehm, wirklich mit vielen tollen Büchern, spannenden Geschichten. Und ja, hat mir gut getan. An der Januar kann man absolut nicht meckern. Was gab es noch so ein bisschen an Dingen, die man erzählen möchte? Eine Serie, ja, die mir natürlich großartig gefallen hat im Januar, war River mit Scallon Scar Scar. Hat mich eher in die Januar total geflasht und begeistert. Auch eine Empfehlung von Thorsten. Und läuft aktuell auf Netflix. Ist eine Serie aus 2015. Da geht es um einen Polizisten in Großbritannien, der eigentlich aus Schweden kommt, wo ja Stellan Scar Scar auch herkommt. Und der, ja, glaube ich, sich doch relativ untypisch benimmt für einen Engländer. Also in England sich untypisch benimmt. Den seine Partnerin erschossen wurde und er jetzt diesen Fall so zu lösen versucht. Und da eigentlich relativ gut immer dran ist an so Fällen. Hat, glaube ich, eine 80-prozentige Auflösungsquote. Und ihm helfen, ja, seine Wahnvorstellungen bei den Fällen. Er sieht nämlich tote Menschen. Sehr oft die Opfer selbst oder auch irgendwie drumherum stehende. Man trifft auch auf Kinder, die er trifft. Und, ja, sie sind aber tatsächlich nur in seinem Kopf. Hat man zumindest so Anfang das Gefühl. Er ist selbst nicht tot. Also, das kann man schon mal spoilern. Das geht auch relativ früh zu Beginn der Geschichte heraus. Es hat aber natürlich schon die Atmosphäre von einem Thriller. Es ist sehr ausführlich. Es ist sehr trotzdem auf Gefühle. Man denkt viel mit. Man ist mit dabei. Und das Herz schmerzt dann am Ende, wenn tatsächlich die Auflösung in der sechsten Folge kommt. Es hat auch nur sechs Folgen. Es gibt aktuell auch nur eine Staffel. Für mich ist die Geschichte von River auch erzählt. Und ich weiß gar nicht, ob da geplant ist, dass dann eine zweite Folge, also eine zweite Staffel irgendwie kommt. Ich fand es großartig. Und das Ende hat mich wirklich komplett da niedergerissen. Auch ein Highlight in diesem Monat ist für mich Spotify. Ich habe Ende Dezember das Angebot angenommen. Drei Monate Spotify für einen Euro. Und genieße seitdem Spotify. Ohne Werbung. Ich muss nicht immer alles per Shuffle hören, sondern kann Alben genau so hören, wie ich es möchte. Ich kann vor- und zurückdrehen, wie ich es möchte. Ich kann endlich auch Repeat drücken. Das geht ja mit dieser Werbeunterstützten auch nicht. Und ich finde es großartig. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich habe fast keine CD in dieser Zeit gehört. Ich habe ja auch meine Bluetooth-Box im Wohnzimmer stehen. Ich habe ja auch gar keinen CD-Player im Wohnzimmer mehr, nur noch in der Küche ein. Ich habe mir jetzt so einen Bluetooth-Adapter fürs Autoradio gekauft. Den muss ich noch ausprobieren. Und ja, also ich liebe es. Ich finde, das ist genial. Für 10 Euro so viel Musik, wie man möchte. Es gibt auch Hörbücher, habe ich gehört. Und vielleicht höre ich da auch einfach mal das eine oder andere. Wobei ich da schon mitbekommen habe, da kann man wohl die Geschwindigkeit des Sprechers nicht verändern. Was für mich halt so gar nicht geht, weil ich mit einer normalen Sprechleistung der Sprecher einfach nicht zurechtkomme, weil mir das tatsächlich einfach zu langsam ist. Und dann ich auch schnell die Lust verliere am Zuhören. Aber ja, es wäre ja in den 10 Euro drin. Dementsprechend könnte man das natürlich mal ausprobieren. Ist von mir auch eine absolute Empfehlung. Ich weiß noch nicht, ob es das Angebot aktuell gibt. Aber selbst diese 9,95 Euro, was es sonst kostet, finde ich, ist es absolut wert, weil man hat gefühlt jede CD, jedes Album, auch alte Dinge. Man kann einzelne Songs hören, wenn nur Singles draußen sind. Also es gibt auch Playlists. Da kann man zum Beispiel von Laura Newman die Schreibplaylist hören oder zu den New York Diaries gibt es eine Playlist vom Knauer Verlag. Und das finde ich einfach großartig. Und da kann man einfach reinhören und das dann auch genießen. Dann auch ein Highlight war La La Land. Ein genialer Film, der nicht umsonst Oscar nominiert ist und das gleich 14 Mal eine großartige Geschichte von zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können, die sich in einem Punkt in ihrem Leben treffen, der nicht schlechter sein kann, trotzdem sich eine Liebesgeschichte entwickelt, die dann aber endet, wie man es nicht vorher sieht und dann nochmal ein Ende hat, wo man denkt, es ist irgendwie, es schmerzt, es tut weh, aber es ist irgendwie richtig und es fühlt sich echt an und man denkt sich, so ist das Leben manchmal. Und es klingt total doof, dass man total verzweifelt, mit gebrochenem Herzen, Tränen überflutet im Kino sieht, sitzt und sich trotzdem denkt, irgendwie passt es, irgendwie ist es richtig und man ist wirklich geflasht. Von den Tanzszenen, von den Musikszenen, vom Klaviergespiele, von Ryan Gosling. Ich mag die beiden Schauspieler unglaublich gerne und ich war wirklich hin und weg, hätte danach direkt Lust auf Jazz gehabt, was ich sonst tatsächlich nicht habe. Aber der Film hat mich einfach gepackt und mitgerissen. Auch der Soundtrack dazu, der seitdem wirklich bei mir auf Spotify hoch und runter läuft. Ich mitsinge, mittrellere, manchmal mitten beim Geschirrspülen auch mal eine Drehung hinlege, weil ich denke, das Leben braucht einfach Musik und Tanz. Wunderbar, auch die Schnittkunst. Es gibt wirklich 10-minütige Szenen, in denen nicht geschnitten wird, denen man einfach genießen kann und gesungen und getanzt wird. Wirklich großes, großes Filmkino und ich hoffe, dass so viele Oscars regnen wie möglich jetzt im Februar, weil der Film hätte das absolut verdient. Auch grandios war das neue Album von One Republic, Oh My My, das ich auch auf Spotify gehört habe, schon im letzten Jahr angefangen habe, mit den einzelnen Songs immer wieder zu hören. Ich ist großartig, finde ich. Ich liebe Ryan Tether und ich finde das toll, was er aus der Musik herausholt, dass sich das irgendwie immer anders anhört, aber dennoch nach One Republic. Ich finde, die haben so einen ganz erkennbaren Stil in der Musik und ich mag die Musik einfach unglaublich gar nicht. Ich mag die Stimme von Ryan Tether und ich finde, wenn es so eine Gruppe schafft, ein über gefühlt 10 Jahre, glaube ich, gibt es die ja jetzt schon, wirklich zu führen, mitzunehmen. Es begann ja alles mit Apologize, was auch großartig war und ich bin da absolut hin und weg und wirklich sehr, sehr begeistert. Und es gibt ein Medley von Peter Hollands mit irgendeinem anderen Sänger, der so die letzten 10 Jahre die Songs von One Republic Revue passieren lässt und Peter Hollands ist ja ein Musiker, der alles mit der Stimme macht, also keine Instrumente oder sonstiges. Ich packe euch dieses Video mal in die Infobox, weil ich es wirklich großartig fand und das so in Kombination war das einfach so ein Highlight auch in diesem Monat. Auch ein Highlight war dann natürlich die sechste Staffel Game of Thrones. Ich habe ja letztes Jahr begonnen, ja, Game of Thrones nachzusuchten und habe jede einzelne Staffel nochmal angesehen, zum dritten Mal. Die sechste Staffel habe ich nun zum zweiten Mal gesehen und ich war von dieser Staffel wieder hin- und hergerissen und total im Bann und total verwirrt. Und ja, diese Geschichte ist einfach der Hammer. Also was ich hier die Serie mache und auch Giorgio und Martin ausgedacht haben, das ist, ja, man sitzt manchmal da, ist sprachlos vor Wut, vor Freude, das Herz ist gebrochen, man ist sauer, man möchte am liebsten manchmal den Fernseher gegen die Wand knallen und dann gibt es aber wieder diese versöhnlichen Momente, wo man einfach total betröppelt vor dem Fernseher so total deprimiert ist und an Emotionen ist hier alles dabei. Es ist eine gigantisch tolle Serie. Ich freue mich so auf die siebte Staffel, die leider ja erst Juni, Juli herauskommen wird. Für mich sehr untypisch, dass ich dann im Sommer eine Serie suchten werde, aber Game of Thrones wird da natürlich dann auch mal die Ausnahme sein. Wirklich großartig. Ich finde, die Serie kann man einfach nur absolut empfehlen und es ist einfach eine gigantisch tolle, große, in sich verwobene Geschichte, die jetzt hoffentlich ja auch gut zu Ende gebracht wird und wir freuen uns natürlich auch noch auf das sechste Buch, das hoffentlich und ich bin Optimist in diesem Jahr irgendwann mal noch erscheinen wird und wenn es der 31. Januar wäre, äh, Dezember wäre. Vollkommen egal. Ich würde mir das auf jeden Fall wünschen. Und jetzt gucke ich so auf meinen Zettel und entdecke nichts mehr. Ich habe sozusagen alles erzählt aus meinem Januar, der wirklich ein schöner Monat war. Dafür, dass es ein Wintermonat war, war sehr lesereich, tolle Filme, tolle Serien. Ich hatte eine Woche Urlaub im Januar, was auch sehr großartig war. Ich hatte Geburtstag im Januar, was ich auch sehr schön fand und, äh, ja, hatte tolle Gespräche mit Autoren im Hangout, mit Menschen, die ich gerne habe, egal, ob, ja, persönlich, am Telefon, im privaten Hangout, wie auch immer, habe ich das sehr, sehr genossen. Und, ja, wenn das Jahr so weitergeht wie der Januar, dann wäre doch alles absolut in Ordnung. Schöneres Wetter würde ich mir noch wünschen. Ich bin absolut kein Fan von Schnee und Kälte und dieser Glätte und diesem ganzen Mist da draußen. Aber, ja, davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Der Frühling naht und ich hoffe, dass er bald da ist mit wunderbaren Sonnenschein, man dann endlich wieder draußen seinen Latte Macchiato trinken kann. Ja, das wünsche ich mir. Der Februar hat ja nun schon begonnen und ich wünsche uns allen einen tollen Februar. Ich hoffe, dass wir durch die Faschingskarnevalszeit alle gut durchkommen, dass es sehr lesereich ist oder was auch immer euch Freude macht, soll euch diesen Monat begleiten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser wieder etwas verändernden Monatsrückblick. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob euch das so gefallen hat und ich packe alle möglichen Informationen natürlich in die Infobox. Sende euch nun ganz, ganz liebe Grüße und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.